Ja, Moisin zusammen, herzlich willkommen bei uns beim Wäschaufhängen hier, bei 4.3. Yay, ich hänge Höschen hin. Ja, geil. Da ist eins, da ist echt eins. Wow. Oh ja, oh schick. Und hier ne Riech, was ist das denn? Guck mal, daneben ist noch so ein großes, langes Schafdarmkondom oder so. Was ist das denn, Alter, hier? Wir teilen brüderlich unser Kondom. Das war das Haus Schaf, das musst du dafür herhalten. Scheiße. Das ist nice, will fucken, was ist los? Ja, ähm, Zielvorgabe. Reiß dir den armer Scham. Okay, wir reißen ihn uns unter den Nagel, du weißt, was das heißt. Oh yeah, baby. So, kann ich den abschießen eigentlich? Nee, der war... Rate mal, wenn wir den klauen sollen. Aber, ja, wir haben ja mehrere hier rumfliegen gehabt. Ach so, okay. Ja, hast du den Raketenwerfer noch? Ich hab den noch. Okay, nice. Ich bin hier das Dach hoch, ich hupp's. Was? Oder hast du da einen Weg? Ich bin hier einfach hoch, so boing. Ah! Boing. Du musst ja mit dem besseren Reflexen, hallo. So, was geht ab hier? Nee. Zufälliges Loch im Zaun. Sehr schön. Ach, ich muss eh drücken. Ach ja, das geht auch. Oh, da passiert was. Was ist das denn? Das ist das denn? Einer von Watchmen. Äh. What the fuck? Wieso beschwört der denn welche von denen? Was sind das denn für Gegner, Alter? Das sind normale Soldiers, oder nicht? Und die, ähm, es gab ja immer die ganze Zeit von Alma, äh, oder die, die, die die Alma gefangen genommen haben, wollten ja auch solche Soldaten herstellen mit Telekinesen und so eine Scheiße. Ach ja, okay. Das war dann jetzt für uns die Message, hat die Klappe. Oh, da krieg ich aber auch. Portale. Freu dich. Aber wirklich freu dich, ey. So. Oh, was er war. Er sah aus, wo war denn das? Weißt du, dieser blaue Typ hier. Ja, der Hauptteil von Watchmen ist, ne? Ja, genau, genau, genau. Das war er einfach. Die Drecksau, siehste. Die Spoiler, brauche ich auch nicht mehr gucken, die Filme, ey. Jetzt weiß ich, was. Da hinten ist er. Mach wieder Portale. Ach, Tatsache. Boah, können wir ihn nicht aufhalten? Muss ich hier rüber? Ja. Er hat auf jeden Fall nicht so Bock, dass wir den Helikopter klauen, hab ich so viel. Ja, aber kommen wir gut voran, ne? Hat er nicht mit gerechnet, wahrscheinlich. Ja, oder? Scheiß auf seine Portale. Pisser. Haben sich gedacht, lol, die töten all unsere Soldaten. Schicken wir halt einen, der noch mehr Soldaten schickt. Was los? So. Einfach ein Adfight hier. Was los? Oder? Alter, der... Der hat mich hier elektriziert. Da oben links war er, ne? So ein Scheiß, ey. Ja, was für... Da oben ist er, oder was? Können wir ihn... Doch, können wir. Scheiße, 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 scheiße. Hab ihn mal angegriffen. Ich bin wieder hier im Kreuzfeuer, Mann. Muss mal kurz warten, bis ich mich wieder auf... Nein, wo treffen die mich? Shit. Kannst du zu mir kommen? Oh. Naja, entschuldige. Ja, ich hab gerade keine Form. Muss gerade auch... Aber ich hab ihn ein paar Mal getroffen, auf jeden Fall. Chill hier nochmal ein bisschen. Okay, gisst da jetzt ein bisschen was hin. Du musst mich gleich wieder benehmen. Okay. Wo bist du denn? Ah ja. Einfach oben. Jo, jo, jo. Hallo. So. Danke. Guten Tag. Oh Gott, wie es will. Da ist du wieder, ey. Ja, man. What the fuck? Alter, schick sieht das aus in der Animation. Ja, ja. Bam, bam, bam. Oh, fuck. What? Na? Ey, komplett tot. Ja. Alter. Ja, Kontrollpunkt planen, ne? Müssen wir uns ein bisschen anders positionieren, vermutlich. Ey, wir gehen mal ein bisschen mehr mit Zeitlupen-Modus da rein. Ja, auf jeden. Ich... Ja. Ja. Ich konnte ja auch jetzt von Anfang an keinen übernehmen, weil ich schon einen hatte. Vielleicht war das auch ein bisschen scheiße. Ah. Okay. Wo sind wir denn? Ah ja, da vorne geht's rein. Noch habe ich einen. Noch habe ich einen voll. Das ist natürlich auch nice. Dann kamen hier jetzt schon welche. Ja, genau. Jetzt kommen die ersten, äh, die zweiten schon. Genau, genau. Phasing geht los. Alter, komm mal. Boah, krank. Jetzt können wir die schon beim Rauskommen killen, ey. Die ersten. Ja, Mann. Natürlich war es pünktlich in dem Moment zu Ende. Ja, krass. Was ist los? Ja, oder? Scheiße, Mann. Nur mit Ansage. So, ich sammle gleich mal Kugeln ein. Ich habe übrigens, äh, gehört, man kann hier auch runterfallen und sterben. Deswegen ein bisschen aufpassen. Nice, ey. Geh da mal weg. Ahaha. Was zum Fick war das denn? So. Kann ich hier nicht in Deckung gehen? Doch, kann ich. Ich meiste da eine Granate zu mir. Ich raste los. Wenn ich wüsste, wie viel der aushält. Das bist du. Okay, da drüben ist noch einer. Problem ist ja auch, wenn ich die nicht in der Nähe kille. Boah. Ist er Schweißer von Beruf, oder was, ey? Oh, das ist natürlich schön. Ich glaube, dein Sniper wäre hier ganz gut, oder? Hast du das mal? Ja, jetzt habe ich den Raketenwerfer, natürlich. Ach, ja. Er macht neue Portale, oder? Ich weiß nicht genau, was er macht. Ja? Ja, genau neben mir ist einer rausgekommen, ey. Wie viel hält der denn auch aus, Alter? Ja, sehr nice. Ich muss das mal wieder vollladen. Ja, jetzt kriege ich da mal an die Fresse. Ich bin bald raus aus meiner Drecksform. Ich werfe mal hier noch eine russige, freundschaftliche Granate. Halt du mal die kleinen auf. Ich ballere den mal mit Raketenwerfer ab, ey. Oder müssen wir das gar nicht... Oh, da ist er. Doch. Ja, ich weiß es nicht, wie es wird. Irgendwas haben sie gerade gesagt. Er ist gefallen oder sowas. Nice. Okay. Ja, ich versuche mal hier drüben hochzukommen. Wir müssen ja eigentlich nur zum Helikopter. Ja, 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 ja. Klappt, klappt. Klappt, ja. Ja. Zwei Raketen, was ist los? Ey. Achso. Uaaaaaah. Ja, bei dem einen ist es Steuerung, beim anderen ist es Leertes. Nice. Also so ein Ende im Helikopter kommt mir aber vertraut vor so ein bisschen. Ähm. Ist nur Einhaltung? Dann passt auf, wer schon drin sitzt. Oh, okay. Oh, ich. Huh. Und die fliegen einfach weiter, oder was? Nice. Tschüss. Ciao. Lacht. Lacht. Ja, jetzt sag ich nicht, dass ich fliegen muss oder so. Komm. Okay. Sag mal. Dann stelle ich mir dich nur vor, vielleicht? Ey, ich hab's für mich auch gefragt. Ich hab's für mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Ey, ich bin wieder Lieblingszone. Ja, kranker. Du hast auch viele Ergebnisse, Alter. Ja, ich bin ja auch kranker Bastard, der immer alles kaputtholz. Sofort reingeht. Ja, und wer stirbt immer nicht? Lol. Können wir einfach vorsichtig machen. Gut, gut. Ja, guter Ausgleich. Guter Ausgleich. So. Guck mal doch mal, was abgeht. Uh, ja. He kept everything from us. He never told us we were brothers. With every word, every test, every gift, he was raising us to be killers. Okay. Merkbar. Die Brüder gerne gehen nach Fairport zurück. Nicht ahnend, welcher Albtraum sie erwartet. Das klingt doch erstmal sehr ungefährlich. Ja. Das ist eine gute Frage, ob ich so richtig da bin oder ob die anderen mich sehen. Ja, sonst würden sie nicht auf mich schießen, aber... Ja gut, dadurch, dass du die auch wirklich übernimmst und so, ne? Ja. Sag mal, wie fühlt es sich an, den eigenen Bruder zu töten? Mir hat es keinen großen Spaß gemacht. Ja. Ja. Dir kam nie in den Sinn, Befehle zu hinterfragen, oder? Du hast eben getan, was man von dir verlangt. Weißt du, was ich denke? Du hattest Schuldgefühle. Und das hat dich weitermachen lassen. Starker Widerstand in Sektor 40. Diese Tötungsaufgänge werden immer gefährlicher. Wir haben heute fünf Männer von Wann. Du hast einen völligen Knall, wenn du nach Fairport zurückgehst. Da unten hältst du keine Minute durch. Wenn wir dich nicht erwischen, werden es diese Freaks tun. Hört sich an, als würde der bescheidene Versuch von Arme Camp, das Chaos zu besiegen, nicht so problemlos verlaufen. Okay. Der Soldat hat jetzt auch mit mir gesprochen, ne? Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn jetzt übernommen habe oder so, aber... Nö. Der hat sich gar nicht realisiert, oder? Ja, deswegen. Ich saß ja so komisch vor ihm. Ich weiß es nicht. Viele Fragen wieder. Ich möchte mal gern ein klares Spiel spielen. Mal gucken, was noch auf uns zukommt. Ja, ja, ja. So, hier rennen auch wieder Leute. Ja. Kann passieren, wenn ein Flugzeug in den Aussturz. Vollmond. Boah, hier siehst du schon was? Ich sehe nur den dreckigen Boden hier, ey. Echt? Achso. Ne, ich krabbel gerade schon. Achso, ja, da stehst du schon. Box. Ah ja, da, hallo. Ah, wieder nur Knabber. Ja, was geht ab. Oh, Einkaufsland. Ja, großmarkt. Schön. Ah, cool. Einkaufszentren mag ich so von Walking Dead her und so. Ja, äh, wo lang ist das? Wollen wir dem Blut erstmal nach? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, erstmal dem Blut folgen. Ja, oder? Und da liegt er. Oh, ein Seelenland. Oh, ich nehme ihn mal an. What the... Ihr wart doch gerade schon wieder... Aufstieg. Ach, das ist wieder nur... Ah, Aufstieg. Ja, ich habe jetzt auch Stufe 3, Zeitlube-Verbesserung. Ach, nice. Okay. Ja, ach, dann hast du Stufe 2 nur verpennt, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja, gut, dann wissen wir es jetzt immerhin. Dann ist es erklärt. Oh, hier, Ikea, oder was? Das ist doch schön. Ja, ich versuche auch gerade rauszufinden, aber sie haben leider keine großen Andeutungen. Oder? Was steht hier? General Use? Verschwimmt dein Bildschirm auch immer am Ende? Ja, das ist ja das Problem, was ich... Was? Hat sich das Ding hier gerade bewegt? What the fuck, Alter? Ne, 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 ne. Das Ding? Ja, hier, die Palette. Nee, oder? Das war durch das Verschwimmen, bestimmt durch den Spiegeleffekt von dem... Ja, ja. Ja, ja, du hast recht, hoffe ich. Ja, ja, natürlich, oder? So, wie war denn Ducken? C. Achso, ja, C wie Ducken. Ja. Komm, ich, vergesse ich. Okay. Da oben sind Kerzen auf der Leiter. What the fuck, was geht hier ab, Alter? Normales Lager auf jeden Fall. What? Achso, jetzt sind die Kerzen auf. Das über uns. Das wäre lang gerannt, dass ich runtergespüße. Ich habe nur den Schatten hier gesehen, ey. Euer scheiß Ernst, ja, Mann. Oh, ich hätte es gern gewusst. Da, wieder. Oh, ich weiß, Schatten. Ey, ne, Mann. Aber ich hoffe, das sind normale Menschen. Das sind bestimmt normale Menschen, ja. Ich, vor allem, wenn ich dieses Blut sehe. Ich bin schon wieder im Anschlag, Alter, hier. Ja, Mann, ich kann es gar nicht. Ich bin... So, geh. Oh, oh. Ey, du mal... Ey, ich will mich nicht umdrehen. Tu es einfach nicht. Ja, geh mal weiter. Guck mal, was über die Leiter huscht, nö. Ey, da müssen wir, glaube ich, jetzt lang. Oh, hier ist schon wieder Blut oder Ross. Alter, überall, überall die Decke. Fußabdrücke hier, blutig. Boah, fuck mein Lauf. Wollt ihr mich verarschen? Achso. C? Mit C kannst du... Ja, siehste. Aha, ich bin ja lärmbereit. Überall Kerzen, Mann. Warum nimmt man denn auch dann... ...verficktes... ...Einkaufslager, Junge? Boah, das gefällt mir nicht. Das sind nackte Fußabdrücke, kleine. Das ist einfach Alma, Mann. Es ist einfach Alma. Wieso pennt man hier, ey? Ja, was ist für den? Die ist immer eine Etage über uns, Alter. Deswegen kracht hier ständig so Sägespäne und so runter. Sieht sehr schön aus, was du da machst. So Russenhockentanz. Ich hab die eigentlich da umgedreht, um zu gucken, ob da oben wirklich was da kommt. Nein, nein, nein. Sehr schön. Ähm, hier. Ist nichts. Achso, wir sind jetzt dahinter gelaufen. Okay. Sicher? Ja, jetzt kommen wir hier runter. Okay. Ich will mich echt nicht umdrehen, Alter. Ey, so. Oh. Suche ein. Irgendwas passiert. Ja, irgendwo ist doch dann was, Alter. Ja, wenn solche Psychokacke kommt, ist es eigentlich einmal nicht mal. Oh, ey. So, so, so fangen Albträume. Oder so sind Albträume. Ich in so einem Großhaus, du hast nur einen Weg. Großhaus, ja. Ich drück mal. Oh. Seelenband. Mumpeln auch. Das ist super. Schön. Schön, ein Seelenband. Ich teile mal. Brüderlich. Nein. So, da ist zu. Dann müssen wir doch hier rein in Break Room. Ich drehe meinen Kopf so richtig mit, wenn ich nicht umdrehe. Scheiße. Das hat mich schon wieder unter Kontrolle, das Spiel. Alles sofort sehen, ne? Ja. Okay, hier ist schon wieder so ein Zeichen. Ja, aber das ist ein neues. Was ist das denn? Illuminata Bauchnabel-Fussel oder so. Keine Ahnung. Hallo. Oh. Okay, da hat wer die Tür zugemacht. Hast du gesehen? Nee. Da stand wer und hat die Tür zugemacht. Die war eben offen. Oh, in die Toilette oder was? Da gehst du aber rein. Es ist aber eine Behindertentoilette. Ja, also noch mehr Platz. Ach, guck mal, das ist, ach, das ist, ah, das ist aber sehr, das Blut tropft schon, what the? Tropft hoch? Ich sehe es nicht. Fuck. Ich sehe es gerade auch nicht. Nee, bei mir tropft es runter. Ja, aber irgendwas ist hier über, Alter, der war da drin, Mann. Warum sind hier, guck mal, das ist gleichzeitig die Frauen- und die Behindertentoilette. Möchtest du mit rein? So, dann gehen wir zusammen. Nicht, dass irgendjemand was verpasst, ne? Ja, auf jeden. Bin genau hinter dir. Okay. Ey, ey, nee, das ist wie in Bioshock, Alter. Da hast du auch so ein Level mit Toilette. Das ist doch ein Schatten, oder nicht? Ey, ich will das nicht. Warte, ich mach mal die Tür auf. Ja, mach mal die Tür auf. Okay. Ey, nee, guck erstmal drunter, vielleicht scheißt irgendwo einer. Da rechts ist ein Seelenband auf jeden Fall. So, okay, bist du bereit? Oh Gott, ey. Ich hab's schon rechts gesehen hier. Oh, oh, geht nicht auf. Was ist jetzt? Ja, geht nicht auf, aber guck dir mal hier rechts an, was hier abgeht, Alter. Komm rein! Oh, oh, what the fuck! Das ist doch kein normaler Mensch, Alter. Der ist da hochgeklettert. Guck dir mal den rechten Typen an, Alter. Oh, nee. Alter. Er ist ein bisschen zwiegespalten, Alter. Was ist los? Shit. Aber ich find's schön, wie sauber seine Waffe doch glänzt in seinen Gedärmen, Alter. Ist auch ein Mikrofon. Vor allem, er war jetzt wirklich hier in dieser Kabine. Hat da richtig schön an die Wand geschissen, Alter. So richtig schön Darmriss einfach nur. Und er hat ja das dann wirklich von innen zugehalten, Mann. Was mit ihm? Ah, so eine Missgeburt, Mann. Und es war klar, dass da einer drin ist. Und er kommt, oh Gott, nee. Und er ist jetzt wieder über uns. Er kann ja überall rausspringen. Das ist wie in Dead Space, Mann. Guck mal, nur hier sind überall diese komischen Riffelgitter und Lüftschäfscheiße. Ja, kranke Scheiße. Aber ich würd sagen... Ich will das nicht. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und suchen ihn dann, ne? Wir wollen ja wissen, was vor sich geht hier. Hab ich voll Bock. Ich freu mich richtig. Das weiß ich. Und deswegen wird das richtig motiviert. Ja, ich bin immer genau hinter dir. Also Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.